recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in vorstellung nummer zwei von shop tycoon ja wir schauen da mal rein was es da noch so zu machen gibt wir haben letztes mal noch einige dinge getan ich habe gespeichert ja dann würde ich sagen nach dem intro gucken wir uns das dann mal an bis gleich so dann lassen wir hier auch mal laufen pause raus und dann müssen wir gleich hier schon den ersten verbrecher loswerden ja passt hier noch ein paar sachen voll machen counter ist klar wir haben hier ganz viele lkw es die wir weg schicken können da kommt ja das geld mit rein glaube wir haben mehr einkäufer und wir haben noch ganz viele sachen die wir noch entdecken konnten shop aktualisieren da hatte ich letztes mal hier schon ein paar dinge gemacht habe dann aber nachher gedacht dass ich hier vielleicht bei den arbeitern noch was drauflegen kann ich weiß nicht wofür es gut ist aber lager weiß jetzt nicht was das lager hier mit sich bringt aber ich mache es mal so da ist noch ein regal leer sollen sie mal auffüllen ach so hier an der kasse sollten wir vielleicht mal unterstützen einkaufskäufer hatten wir letztes mal noch gekauft was haben wir hier ein logo bauen ich habe kein geld ein baum platzieren das ist doch mal was oder so hier geht es da sind zwei dingens leer wir können ja vielleicht mal noch eine theke hier kaufen er geht nicht weil nicht genug geld da ist sind die alle gleich teuer ich glaube ja ne hier unten ist günstiger dann machen wir da noch mal was mit der rosen rosen gibt es da alles klar so hier ist was leer sieht erstmal gut aus oder 85.000 150.000 ok jetzt wieder was leer da ist wieder was leer und da ist einer hinter versteckt aber den krieg ich nicht mehr wie ich den loswerd weiß ich dann auch hätte ich mal gucken können zwischenzeitlich ne ne den kriege ich nicht mehr ok ja es ist jetzt schon ziemlich was los hier in dem laden ne regale werden näher wie man sieht der ist nicht der falsche was war das für eine doofe frage oder der laden nur für reiche ist ja läuft hier erstmal oder wir müssten aber noch ganz viele andere dinge machen vielleicht ja ist schon viel arbeit hier ne 50.000 wir haben 25.000 hier haben wir 90.000 hier kauft nur eine hose dann gibt es noch ein paar taschen zu kaufen hier wird am geldautomaten geld gezogen sehr gut das regal ist leer das regal ist leer das regal ist leer vielleicht sollten wir da oben noch ein paar lkw kaufen fahrplätze können wir mal jetzt hier voll machen oh stopp ich muss schnell hier den da kriegen ich hab dich gesehen da ist noch was leer da ist noch was leer die inflation steigt siehst du jetzt lässt die preise langsam nach oben steigen zum beispiel miete, produkte, baumaterial und kredite gut wir waren hier shop aktualisieren parkplätze hat man gemacht kassierer muss müsste man noch freischalten shop aktualisieren lager stand ich weiß nicht wofür das gut ist aber alles mal ein bisschen mehr hier lagerfeuer mit einer gehaltserung 4000 sind sie einverstanden? ja klar ok da ist schon wieder ein böser äh da bernikot van der will geld von ihnen nö sie wollen nicht zahlen bernikot wird ihnen gleich gehorsam beibringen boah sind das viele ey ich kann die alle gar nicht anklicken der ganze laden ist voll ey alter schwede wie viele sind da denn meine regale sind alle leer kriege ich den jetzt hier noch? ne irgendwann kann ich sie nicht mehr anklicken wahrscheinlich gar nicht naja da ist das halt so ne weg sind sie 22.000 haben wir da es sind tatsächliche sachen komplett weg ne es werden hier zum glück regale aufgefüllt ok geht langsam wieder voran ja müssen wir gucken ne dass wir das hinkriegen nächstes mal müsste man eigentlich sehen dass wir diese bandico geschichte noch geregelt kriegen ne oder? naja wir haben eine gehaltserung sind sie einverstanden? ja ok ok ja wir haben eine berwachungskamera ist aber 250 einkaufswagen ja ok hier ist noch was leer sieht erstmal gut aus oder? logo bauen 99.000 das geld haben wir jetzt nicht gerade da sieht erstmal gut aus oder? kommen wir kommen wir wir haben noch 10.000 da muss ein lkw kommen ja geht erstmal oder? der lkw ist durch geld kommt ja ist viel zu tun ne? achso das war das was ich hab kein geld das war zu viel ok da und da und da und da und da und da läuft erstmal oder? ne du nicht ja kann man das irgendwie automatisieren? führomanager ein security zimmer bauen das müssen wir auf jeden fall machen aber da brauchen wir noch viel geld für das hier oben steht ne? ok ok das ist voll der kommt da weg ja erstmal sieht das gut aus oder? karte also karte wollte ich jetzt nicht mitarbeiter karte kann ich aber hier nichts machen oder? ne so das läuft erstmal wieder kommen wir da sollen wir noch ein paar liefer lkws haben weil da gibt es ja geld für ne? da fehlt eine ganze ladung soweit sieht es erstmal gut aus ich weiß gar nicht wofür es gut ist aber ich mach das jetzt mal da ist auch noch was läuft ich weiß nicht ob wir dadurch mehr geld kriegen wenn wir diese liefer lkws da hochsetzen kostet jetzt 18.000 da ok ok man lernt mit der zeit die jingles kennen dann weiß man ok jetzt hat es deswegen geblobbt jetzt hat es deswegen geblobbt wenn das hier mehr lkw ist ich weiß nicht ok ok naja ist schon reichlich zu tun gerade 26.000 sind da unten da ist es leer oder gar nicht wird da aber ohne maske ok 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 läuft erstmal irgendwo hat es gejingelt da ok ok hier spricht man ditko es findet sich eine bombe im laden soll準備quelt werden Ist halt so, aber das Risiko war mir zu groß. Hier ist eine Palette leer, ganz wichtig, wieder auffüllen. Diese Bandico-Leute, die müssen wir auch mal was mitmachen, das ist ja ganz geschlimm mit denen. Aber hier kann ich nichts einstellen. Shopkette, da muss ich alles angenügen, ne? Qualität, hier geht nichts mehr. Äh, das läuft erstmal. Okay. Oh, hier oben sind Paletten leer, ganz schlimm. Paletten leer ist ganz schlimm, weil dann kommt hier keine Ware nach, das dauert zu lange. Aber ich kann da nicht mehr alles W3 einstellen, da müssen sich das Lager noch erweitern, ne? Zum Glück ist jetzt wieder Ware da. So. Kaufen wir den auch noch, gibt es noch mehr Taschen zu verkaufen. Das ist gerade ein bisschen entspannte Musik. Das hat gejingelt, da ist es. Sanitäts-Empedemiologische, sie möchte ihre Räumlichkeit und will sie sein lassen. Diese Empedemiologische hat nichts festgeschafft, aber sie behält sie im Auge. 19,5, ey. Ja, der Laden ist gleich voll, ne? Also ich habe alle Regale gleich gekauft, dann geht es ja doch schon ganz schön stressig zu Gange, ne? Keine nicht. Jetzt aber bestimmt, naja. Immer das Geld investieren. Oh, ich habe gar nicht gelesen, was da stand, so ein Shit. Das war jetzt nicht gut, weil, äh, wer weiß, was da gerade passiert ist. Da ist was leer. Oh, Laptops verkaufen wir jetzt auch schon. Und der Maske auf? Nein. So sieht erstmal gut alles aus, oder? Keiner nicht kaufen, fehlt noch das Geld. Waren sind noch genug da, ne? Sie wollen Geld in Krankenhäuser in Ihrem Land spenden, ja. Sie wollen Geld in Krankenhäuser in Ihrem Land spenden, ja. Das kann ich noch nicht kaufen. Dafür dort. Geld 10.000. Was bedeutet das? Das müsste ja eigentlich noch, ne, da muss nur voll bestückt werden. Jetzt habe ich den Winter noch erwischt. So, da oben ist ein Regal. Ja, ist viel zu tun, wie ihr seht. Ich bin diese Runde einfach nur damit beschäftigt, wenn wir so schauen, dass wir das hier in der Reihe kriegen. Aber wir werden in der nächsten Folge dann mal gucken, was es mit der Karte auf sich hat, ne? Weil da war ja dann auch die Möglichkeit, irgendwelche Sachen auf der Karte zu machen. Das würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.